Hallo liebe Moviepiloten, endlich ist es soweit. Wir haben die erste Herr der Ringe Serie. Herr der Ringe, die Ringe der Macht oder auch Lord of the Rings, Rings of Power. Ich habe die ersten beiden Episoden für euch gesehen. Was ich davon halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es immer wieder zu Spoilern kommen, was Herr der Ringe im Allgemeinen angeht. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und ich glaube, diesmal gibt es noch ein extra Disclaimer obendrauf. Sehr viele von euch sind Tolkien-Puristen. Ihr kennt euch wirklich krass aus mit den Büchern und so weiter und so fort. Ich gehöre nicht dazu. Meine einzige Referenz zu J.R.R. Tolkien und dem Herr der Ringe Franchise ist die originale Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson und ist die Hobbit Trilogie. Das bedeutet, wenn die Serie sich irgendwelche Freiheiten genommen hat, was sie sicherlich getan hat, denn das habe ich schon in Interviews gehört, ist das für mich nicht zwingend ein Kritikpunkt an sich. Aber das wollte ich trotzdem nochmal angesprochen haben. So, damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, wir haben jetzt tatsächlich die erste Herr der Ringe Serie, weil warum auch nicht? Alles kriegt zurzeit eine Serie oder mehrere Serien. Ich meine, wir haben jetzt Marvel-Serien, richtige MCU-Serien und wir kriegen jetzt regelmäßig Star Wars-Serien. Warum also nicht auch Herr der Ringe? Doch hier hat man sich richtig, richtig krass aus dem Fenster gehängt. Ich meine, man hat gesagt, hey, wir haben Budget von, na, halber Milliarden. Und ich so, wow, okay, ihr wollt tatsächlich abliefern. Doch dann habe ich immer wieder im Internet Kritik gelesen. Das schon vorab, bevor auch nur irgendjemand diese Serie gesehen hat. Sie hält sich nicht an die Vorlage. Sie wird irgendwelche politischen Botschaften benutzen und sie mit einem Holzhammer in uns reinprügeln. Irgendwie gab es Casting-Probleme für einige Leute da draußen. Und es wurde im Grunde genommen gesagt, ohne dass irgendjemand die Serie auch nur gesehen hat, Tolkiens Werk wird mit Füßen getreten. Und ich, wirklich? Keine Ahnung, aber ich habe mich einfach nur gefragt, wie kommt ihr darauf, das zu sagen? Ihr habt die Serie noch nicht mal gesehen. Und dann habe ich mir den ersten Trailer angeschaut und er hat mich nicht wirklich abgeholt. Ich war nicht Anti, aber er hat mich nicht abgeholt. Für mich sah es aus wie generische Fantasy-Serie, aber ich habe irgendwie nicht dieses Herr-der-Ringe-Gefühl gehabt. Also bin ich tatsächlich mit gedämpften Erwartungen in die Nummer reingegangen und muss sagen, wow, ich bin begeistert. Also ich bin wirklich begeistert. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie, um mich irgendjemandem anzubiedern oder einfach nur, um kontrovers zu sein. Mir haben die ersten beiden Episoden von Herr-der-Ringe, Rings of Power, sowas von gut gefallen, dass ich es nicht glauben konnte. Gut, ich muss auch sagen, ich hatte das ganz große Glück, die Nummer in einem Kino zu sehen. Und ich muss auch sagen, man sieht das Budget. Das, was ich im Trailer nicht gesehen habe, habe ich tatsächlich auf der Leinwand gesehen. Denn der Trailer vermarktet die Sache wirklich nicht so cool. Wir haben wesentlich bessere Effekte als die paar Shots, die wir im Trailer sehen. Wir haben unfassbare Cinematography. Wir haben auch diese super Musik. Howard Shore ist erneut für die Musik verantwortlich. Das heißt, direkt in den ersten fünf Minuten war ich tatsächlich wieder in Mittelerde. Und ich, wow, okay. Die Nummer spielt im zweiten Zeitalter. Das heißt, lange vor den Ereignissen von Herr-der-Ringe. Und im Fokus steht tatsächlich Galadriel. Gerade wurde die Schlacht gegen Morgoth gewonnen. Und sie ist felsenfest davon überzeugt, dass Sauron noch irgendwo da draußen ist. Und das Spannende ist, wir fangen an wie in den Herr-der-Ringe-Filmen und wie in den Hobbit-Filmen. Mit so einem circa 20-minütigen Prolog. Und ich mag sowas. Das hat mir ja generell immer an Mittelerde gefallen. Mit Voice-Over. Aber Galadriel jagt Sauron hinterher. Sie ist felsenfest davon überzeugt, er muss noch irgendwo da draußen sein. Und allmählich werden ihre Elbenkrieger rastlos. Und sagen, nee, wir können das nicht mehr. Der ist nicht mehr da draußen. Und wir leiden in der Kälte. Und wir können ja auch sterben. Und so weiter und so fort. Du bist besessen. Und ich finde diese Idee von besessenen Figuren immer spannend. Weil das reiht sich ein in der Reihe von Herr-der-Ringe. Ob du besessen vom Ring bist. Ob du besessen vom Gold bist. Wie in der Hobbit-Trilogie. Oder hier. Besessen von dem Gedanken, dass das Böse zurückkehrt. Das ist so etwas, wo ich Parallelen sehe. Und generell hat sich das für mich, und ich kann nur für mich sprechen, sehr organisch angefühlt. Es hat sehr gut reingepasst in die Welt, die Peter Jackson tatsächlich erschaffen hat. Obwohl er hier nicht involviert ist. Aber für all die Skeptiker da draußen. Ich persönlich war direkt drin. Also ich kann es nicht anders sagen. Und danach den Prolog machen wir weiter und beginnen mit der tatsächlichen Handlung. Der Haupthandlung. Ja, wir haben hier und da Action-Set-Pieces. Wir sehen auch so ein paar Blicke auf vergangene Schlacht-Szenarien. Aber ich sage es euch direkt. Es ist keine actionreiche Premiere. Generell bin ich aber auch der felsenfesten Überzeugung. Leute, die Herr-der-Ringe schauen, wissen, ja, irgendwann wird es zu Schlacht-Szenarien kommen. Aber generell, würdet ihr es bei Action einordnen? Nein. Es ist Worldbuilding. Es ist Fantasy. Es ist Slowburn. Aber es war auch ein Slowburn in der originalen Trilogie und in der Hobbit-Trilogie. Deswegen ist es auch hier ein Slowburn. Stört mich nicht. Ich genieße es. Ich genieße es, mich in diese Welt entführen zu lassen. Und genau das tun wir hier. Wir lernen auch eine andere Art von Hobbit kennen. Die Harfuts. Ich glaube, auf Deutsch heißen sie Haarfüße. Bin mir nicht sicher. Und führen hier neue Charaktere ein. Wie die kleine Nori. Die mich so ein bisschen an eine weibliche Version von Frodo erinnert. Ja, und das ist ganz witzig, deren Alltag zu sehen. Die verstecken sich immer, falls Menschen irgendwie durch ihr Dorf laufen. Die leben halt wirklich wie unter der Erde. Und dann zack, kommen sie ja vor. Das fand ich richtig süß. Generell, die Serie ist verdammt charmant, wenn sie es sein möchte. Verdammt witzig, wenn sie es sein möchte. Aber auch episch und groß, wie wir es gewohnt sind, von den epischen Szenarien im Herr-der-Ringe-Franchise. Jedenfalls wird Galadriel geehrt für all ihre starken Taten an der Front und so weiter und so fort. Und selbst Elrond redet mit ihr und sagt ihr, hey, du hast genug gekämpft. Hör doch einfach auf. Und sie, nein, er ist irgendwo noch da draußen. Dann wird ihr sogar diese Ehre zuteil, in die ewigen Länder zu verschwinden. Heißt das so? Ihr wisst schon, das Ende von Herr-der-Ringe 3. Steinigt mich nicht. Ich kenne nicht alle Begriffe auswendig aus der Welt von Herr-der-Ringe. Ich bin eher ein Star-Wars-Typ. Nichtsdestotrotz, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Aber sie kann sich nicht wirklich damit abfinden und fühlt sich auch nicht wohl. Generell, ich mochte die Charakterzeichnung, ich mochte die Schauspielerin. Klar, ich hatte Galadriel nie im Kopf wie jemand, der mit einem Schwert irgendwie aufs Schlachtfeld rennt. Für mich war sie immer wie so eine Elbenhexe. Das heißt, sie war viel mythischer und mysteriöser. Sie war badass, aber es war eine andere Art von badass. Mit einem Schwert in der Rüstung habe ich sie mir nie vorgestellt. Ich meine, wir sehen sie ja sogar in der Hobbit-Trilogie, wie sie sich sauerun stellt. Und das macht sie mit ihren Fähigkeiten. Das fand ich bei ihr immer so was sehr Besonderes. Das heißt, es ist ein anderer Take tatsächlich, was den Charakter angeht. Hat mich jetzt aber auch nicht wirklich gestört. Und abgesehen davon, es spielt so lange vor diesem Film. Das heißt, vielleicht entwickelt sie sich ja noch in diese Richtung hin. Ich sehe es so ein bisschen wie, und erneut, bitte steil ich mich nicht, weil ich bin halt nicht so versiert im Mittelerde-Franchise. Ich sehe es so ein bisschen wie Yoda. Was ich damit meine ist, in den Prequels sehen wir Yoda mit einem Lichtschwert springen und schlagen und so weiter und so fort. Und in der originalen Trilogie hat er das alles nicht mehr nötig. Da ist er einfach eins mit der Macht. Und sagt auch die ganze Zeit, du musst nicht kämpfen, um irgendwie stark zu sein. Deswegen, so habe ich das gesehen, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber zumindest hat es so für mich Sinn ergeben. Parallel lernen wir dann auch Elrond ein bisschen kennen. Und auch hier, sehr viele Leute haben gesagt, oh oh, das sieht eher aus wie Game of Thrones und nicht wie Mittelerde. Und ich, nein, also wirklich, nein, das fühlt sich wirklich an wie Mittelerde. Und Herr der Ringe, sogar die Musik. Es hat ja auch was Kindliches und Charmantes teilweise. Deswegen, ich sehe hier keinerlei Parallelen zu Game of Thrones. Und nein, es gibt auch keinen brutalen Mord und Totschlag und sexuelle Sequenzen. Nein, also das wurde der Serie auch vorab unterstellt. Passiert definitiv nicht. Orks werden hier und da geköpft, aber das werden die doch immer, oder? Aber ja, der Schauspieler, der Lord Elrond spielt, ist der gleiche, der einen jungen Ned Stark gespielt hat bei Game of Thrones. Das ist die einzige Parallele, die ich finde. Aber ich fand ihn auch in der Rolle nicht schlecht. Er ist halt noch ein bisschen jünger, noch ein bisschen grüner. Er ist noch nicht dieser sehr weise Kerl, den Hugo Weaving verkörpert hat. Aber es ist ein Prequel. Persönlich finde ich das ja gut. Ich finde Star Wars, zum Beispiel bei Obi-Wan, haben sie es verkackt, dass die Baby-Lea quasi, die was, wie alt war die, 10? Dass sie schon genau so war wie erwachsene Lea? Aber das heißt, hatte sie nie eine Charakterentwicklung? Du bist als Kind nicht so, wie du als Erwachsener bist. Bist du einfach nicht. Klar, Teile deines Charakters bleiben in dir vorhanden. Aber du entwickelst dich ja irgendwie weiter. Und die haben uns suggeriert, nee, Lea war schon immer so. Deswegen, ich finde es ganz gut, dass die Charakteren nicht eins zu eins so sind, wie sie irgendwann mal werden. Weil, ja, sie müssen ja durch Trials und Struggles, um das zu werden, was sie sind. Und ja, die Geschichte ist so ein bisschen verteilt. Das heißt, wir beleuchten unterschiedliche Aspekte von Mittelerde. Auf der einen Seite, habe ich schon gesagt, Galadriel, sie ist absolut besessen von der Idee, dass Sauron noch da draußen ist. Und letztendlich sieht sie auch, dass irgendwas vom Himmel fällt. Und deswegen springt sie vom Schiff. Sie sagt, ah, ah, das ist ein Beweis. Da ist was Gefährliches da draußen. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir einen Elben, der eine heimliche Beziehung hat mit einer Menschenfrau. Und das ist ja wie so eine verbotene Liebe. War ja auch Thema bei Herr der Ringe mit Aragorn und Arwen. Und bis dato, ich finde, die beiden haben eine ganz gute Chemie. Ich finde es cool, dass er so heimlich ihr Dorf besucht. Und generell, Elben wirken ja ab und zu wie Vulkanier. Und der wirkt halt teilweise so steif. Aber er fühlt diese Liebe für die Frauen. Das finde ich ganz schön. Und sie hat einen Sohn. Und der stößt tatsächlich auf ein Schwert irgendwo unter den Dielen. Und dieses Schwert hat eine direkte Connection zu Sauron. Das heißt, da haben wir auch den ersten Ork-Angriff. Aber es sah auch so aus, als wenn er besessen wird von Sauron. Weshalb die auch sehr schnell evakuieren müssen. Das passiert alles in der zweiten Episode. In der ersten Episode, die Nummer endet mit dem Cliffhanger, dass irgendein Mann aus dem Himmel abstürzt. Wie so ein Meteorit. Und hier sind schon so viele unterschiedliche Theorien irgendwie in den Raum geworfen worden. Wie zum Beispiel, ist das Sauron? Ist das Sauron? Oder ist ein anderer Charakter Sauron? Weil das Spannende ist, Galadriel spricht selber darüber, dass ihr Bruder ewig langes nach Sauron gesucht hat, bis Sauron ihn gefunden hat. Letztendlich ist er ja auch gefallen. Deswegen ist sie auch so besessen von der ganzen Nummer. Und später, wenn sie vom Schiff springt, trifft sie auf Schiffbrüchige. Und der Einzige, der überlebt, der ist auch ein bisschen skrupellos und auch bereit, auf Teufel komm raus zu überleben. Ich so, ha, ist das vielleicht Sauron und der andere nur ein Vorbot? Weil der andere wird ausgerechnet von Nori gefunden. Finde ich auch cool. Ausgerechnet wieder diese Hobbit-ähnlichen Wesen haben eine derartig große Connection zu dem großen Ganzen. Das hat ja auch immer eine große Rolle gespielt in Mittelerde und in den Filmen. Deswegen finde ich das alles ganz charmant. Und in der zweiten Episode lernen wir die Zwerge kennen. Elrond besucht die Zwerge, nachdem er von Celebrimbor besucht wurde, der ja auch die Ringe schmieden wird. Und da lernen wir Prinz Durin kennen. Und generell, alles, was sie mit den Zwergen machen, auch seine Frau Disa, hat wundervoll funktioniert. Das ist genau eins zu eins aus Peter Jacksons Welt. Wie sie sich benehmen, wie sie aussehen. Dieser Wortwitz, das leicht Kitschige, hat super gut reingepasst. Und man merkt hier, dass zwischen Prinz Durin und Elrond, es gibt so ein bisschen Beef, weil ein Elbe lebt halt anders als ein Zwerg. Das heißt, er hat ihn irgendwie 20 Jahre lang nicht besucht. Und für ihn ist das keine große Sache. Weil 20 Jahre ist so, als wenn ich meinen besten Freund jetzt zwei Wochen lang nicht gesehen hätte. Währenddessen hat er geheiratet, ist Vater geworden und fühlt sich halt mega verraten von seinem Freund. Das heißt, hier sieht man schon den ersten Beef zwischen Elben und Zwergen. Der eigentlich auf einem Missverständnis beruht. Was ganz spannend ist, weil später gibt es ja den echten Beef, den wir sehen in der Hobbit-Trilogie. Das zieht sich ja bis zur Herr-der-Ringe-Trilogie, wo ja dann Gimli und Legolas Freunde werden letztendlich. Aber das hat mir ziemlich gut gefallen. Aber die brennendsten Fragen, die wir jetzt alle haben, ist, wer ist Sauron? Wie kehrt er zurück? Was hat es mit diesem Schwert auf sich? Ist der Junge besessen von Sauron? Ist der Typ, der aus dem Himmel gefallen ist? Es war alles um ihn rum verwest und er scheint auch nicht wirklich zu wissen, wer er eigentlich ist. Ist es ein Avatar für Sauron oder ist dieser Typ, den Galadriel getroffen hat, tatsächlich Sauron? Das sind so die brennendsten Fragen. Alles in allem haben mir die ersten zwei Episoden richtig gut gefallen. Es ist halt sehr viel Setup. Also es ist noch nicht wirklich viel Payoff, aber das ist normal. Das sind die ersten zwei Episoden. Die Charaktere an sich funktionieren ziemlich gut. Standouts sind Elrond, Galadriel, Nori und Prinz Dudley und seine Frau Disa. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Die Sets, unglaublich. Die Kostüme, unglaublich. Die Szenerie, unglaublich. Und die Musik ist auch wirklich wieder sehr stark. Ich war hooked. Ich war in der Welt von Mittelerde und kann es kaum erwarten, wie es noch weitergeht. Könnte es bergab gehen? Könnte es wirklich fürchterlich werden? Könnte es alles werden, was das Internet behauptet, was es ohnehin schon ist? Ja, aber bis dato ist es das nicht. Zumindest nicht für mich. Ich war positiv überrascht und ich lasse mich auch gerne mal positiv überraschen. Denn dieses Jahr gab es viele bittere Enttäuschungen. Bis dato gehört Herr der Ringe nicht dazu. Ich finde es cool. Deswegen frage ich euch jetzt. Wie haben euch die ersten zwei Episoden gefallen von Rings of Power? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.